Wer hat Deutschrap verändert? Ihr wisst genau, es war in Doggy3DL Yeah, was geht ab? Ich habe überlegt, die heutige Folge Rap Talk wird auf Audio-Tune sein Ja, meine lieben Freunde, der Rapper AZ hat den Track Mango schon seit mehreren Monaten den Kunden Äh, besser gesagt, den Mitarbeitern, nein, nicht den Mitarbeitern, den Fans versprochen, meine lieben Freunde Der Track Mango, wo bleibt der AZ? Ja Ja, meine lieben Freunde, der Track Mango, der wurde schon via Instagram sowie auch auf YouTube vereinzelt In kleinen Clips schon released oder besser gesagt geleakt oder wie auch immer man das nennen darf Ähm, die Fans warten vergebens auf den Track, wo bleibt Mango, Mango, Mango Ich werde euch mal einen kurzen Clip einblenden, Freunde, da könnt ihr euch den Track mal reinhören Ist ein cooler Track, ich freue mich sehr auf diesen Track, wird Bombay Ich und meine Mango Alle! Ich und meine Mango Das bin ich und meine Mango Jeder fragt sich, wer das ist, das bin ich und meine Mango Ich und meine Mango Mitten in der Nacht Das bin ich und meine Mango Wer hätte das gedacht, dass wir klopfen in die Charts Das bin ich und meine Mango Ich und meine Mango Das bin ich und meine Mango Jeder fragt sich, wer das ist, das bin ich und meine Mango Ich und meine Mango Mitten in der Nacht Das bin ich und meine Mango Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video Ich danke euch und wenn's euch gefallen hat, diese Auditune-Stimme, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt Das ist ein Abo da lässt Bis zum nächsten Mal.